Und auch hier möchte ich Ihnen die Kämpfer natürlich vorstellen. In der blauen Ecke Peter Orlik kommt aus Budapest, boxt in schwarzen Hosen. Er ist 19 Jahre alt, wiegt 73,0 Kilogramm. Profi erst seit acht Monaten, seit Oktober 2013, hat er bisher sechs Kämpfe bestritten, drei gewonnen, zwei verloren, einmal boxt er unentschieden. In seiner Ecke sein Trainer Attila Kral. In der blauen Ecke aus Ungarn Peter Orlik. Der Boxer in der roten Ecke kommt aus Karlsruhe, boxt ebenfalls in schwarzen Hosen. Er ist 18 Jahre alt und wog beim gestrigen Wiegen 75,5 Kilogramm. Profi schon seit Dezember 2011. 14 Kämpfe, 13 Siege, 12 davon durch K.O. In seiner Ecke sein Trainer Hansi Brenner aus Karlsruhe, Deutschland, Vincent Feigenbutz. Vielen Dank. Gentlemen, fight according to the rules and pay attention to my commands. Touch gloves. Good luck. Ring frei, Runde 1. Box! Runde 1. Oh Gott. Runde 2. Superhandlysium. Brock Rule. Runde 2. Runde 2. Derせ. Arren personally, in seiner Ecke ist 15agem. Not die Ecke. Not die Ecke. Ich kann nur noch ein, 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 ein. Der Körböse ist der Körböse. Das war ein Blatt. Da ist ein Blatt, oder? Nein, nein, nein! Da ist es nicht so. Halt, da ist es nicht so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Box! 8, Box! Danke. Weiter. Weiter. Komm. Stein! Jawohl. Applaus Ja, lieber der Boxshow-Freund, Sie haben vorhin richtig gehört. 18 Jahre alt und schon 14 Kämpfe. Er hat Mitte 16 schon angefangen mit Profi-Boxen. Der Vincent Feingutsch in der roten Ecke. Und wenn Sie denken, das Gesicht habe ich doch schon mal gesehen. Das kann durchaus sein. Wenn Sie in der letzten Woche, am letzten Samstag bei der ARD Box geguckt haben, aus Schwerin, Jürgen Bremer und andere. Dort hat er geboxt. Vor sechs Tagen in Schwerin und hat seinen Kampf dort durch Kaone in der dritten Runde gewonnen. Applaus Seconds out. Ring frei. Runde 2. G Kétteg, három hiesbe stations. Das ist nicht gut für dich. 2-3, dann geht's. Du bist so gut. 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 Ich bin hier, ich bin hier. Sokkal közelebb. Zámhatschel, jössz oldalt mehr. Hogy is van. Begab válaszolj vissza, úgy van. Oldalra, menj el! Menj el oldalra! Hogy is van. Harcolj! Jetzt du! Hogy is van. Köszönj vissza neki! Levegj el! 2-3! Oldalra mozogsz! Oldalra mozogsz! Oldalra menj! Menj el oldalra! Gyerünk ki! Práncolj oldalra, ne hagy lent a kezed! Mozogj már, ne hagylás! Nincs más vágoldás, mozogj! Ne állj meg! Gyere ki, gyere ki! Úgy is van. Ne foglalkozz vele, hogy még sok az a nyolc. Gyerünk, menj rá! És oldalra megy ki! Oldalra gyere ki! Gyere ki oldalról! Semmit! Pinch! Pinch! Tívschutz! 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 Oké? Jól csinálod! Mozogj oldalról! Percig se állj meg! Oldal, mozogj! Oldal, oldal! Oldalra, ne hátra! Oldalra! Hoza kip visszetek어! Ginzi! Moszogj! nutla! 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 out. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.